Stage 17 Touchscreen? Was sind denn das für Geräte? Das ist ja mal ein richtig schöner Raum. Das ist wie so eine Klinik. Das sieht nicht nach Executive aus. Das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus. Nochmal. Das sieht nicht aus. Noch einer. Der hat eine Diegel. Na, leider nur noch mit zwei Schüssen. Hm, warum komme ich hier nicht durch? Wo muss ich hin, wenn da nicht lang? Ich glaube, wahrscheinlich wäre da ein Schalter gewesen. Da ist doch dann bestimmt irgendwo ein Schalter oder sowas. Oder auch nicht. Oder auch ein Schalter. Es gibt viele Menschen mit Corporate Theft. Money kann's buy happiness, but it sure buys a lot of gun-total bad guys. The vision's getting a little drippy. It's fun to get out to the right rectum. I need to get some medication. Thinking about it, leaking all this blood is probably against health and safety regulations. I should find a medkit. Is here nirgendwo was, was mir hilft. Ne, nur noch mehr Finder, die helfen mir alle nicht. Ha, Headshot. In dem Zustand. The sun's getting a little drippy. It's fun, but not very practical. I need to find some medication. It is a fresh wound, but it really, really hurts. I should find a medkit. And I should find some magic and devices. I should use them, and you'll have to find some magic data. I need to find some magic. This is a bit difficult. I should find some magic data so many magic. I should find some magic data. They're just like magic data. And you're trying to find some magic data. There's nothing magic data from the surface. Ja, ich bin gleich tot. Oh, das kam aber keine Sekunde zu spät. Wow, Stage 17, das auf Anhieb, wo ich in der letzten Stage so viele Versuche gebraucht habe. Bis gleich.